Es gibt Glückspilze und Pechvögel. Zumindest haben wir manchmal den Eindruck. Dem einen scheint alles zu gelingen und bei dem anderen geht alles schief. Der eine lernt kaum für irgendeine Klausur oder für Studium und trotzdem bekommt er Bestenrücken. Der eine, der muss sich gar nicht nach einer Arbeitsstelle umschauen und ihm werden zehn Arbeitsstellen angeboten, von denen er die beste nehmen kann. Der eine spielt einmal Lotto und er gewinnt dabei. Der eine, dem laufen die Frau nur einfach so nach. Und der andere, der gibt sich Mühe, der zieht sich toll an und keiner interessiert sich für ihn. Der lernt für die Schule und trotzdem scheint alles schief zu gehen. Der Pechvogel. Wer früher gerne Walt Disneys Comics gelesen hat, der kennt diese beiden Charaktere. Da ist einmal Donald Duck sympathisch und nett und er bemüht sich immer, aber trotzdem geht alles schief, um das er sich bemüht. Man weiß es schon zu Anfang der Geschichte und trotzdem immer wieder fängt er an, sich einzusetzen. Und dann gibt es Gustav Gans, der eher etwas faul und nachlässig ist und alles fliegt ihm zu. Alles gelingt, was er in die Hand nimmt. Und manchmal haben wir den Eindruck, so ist es in unserem Alltagsleben auch. Wobei die antiken Philosophen der Epikurea, die haben darauf hingewiesen, dass Glück und Glücklichsein nicht nur mit dem zusammenhängt, was uns wirklich geschieht, sondern wie wir die Dinge, die uns geschehen, interpretieren. Für die Epikurea war das Wichtigste die Bedürfnislosigkeit. Ich begehre einfach nichts. Ich will einfach nichts haben und dann bin ich glücklich, weil sich ja immer meine Hoffnung erfüllt. Ich bekomme immer mehr, als ich eigentlich erwarte. Ich gehe draußen in den Regen und ich habe meinen Regenschirm vergessen und dann freue ich mich darüber. Ach, jetzt werde ich mal nass und es ist schön, es ist erfrischend. Also, dass die innere Einstellung immer auch eine wichtige Rolle spielt bei dem, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht. Manche Menschen von vornherein das Glas eben eher immer als halb leer betrachten und die anderen immer als halb voll, obwohl sie genau in derselben Situation sind. Und wahrscheinlich steckt ein Stück weit unseres, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht glücklich fühlen, hängt damit zusammen, wie wir die Realität und die Welt, in der wir leben, interpretieren und einordnen. Ob wir eher das Positive sehen oder sehen wollen oder ob wir uns eher auf die Schwierigkeiten konzentrieren. Das ist zumindestens ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir uns häufig selbst gar nicht darüber ganz genau im Klaren sind, was eigentlich gut für uns ist oder was uns wirklich glücklich macht. Wir haben Vorstellungen und Träume davon, manchmal ausgelöst durch Medienberichterstattung, Spielfilme, Romane oder ähnliches, wo uns scheinbar glückliche Menschen vor Augen geführt werden und wir gerne in ihre Rolle in den Film hineinschlüpfen wollen und meinen, wir sind glücklich. Manchmal meinen wir, dass wir glücklich sind, wenn wir alles bekommen, was wir uns wünschen. Und dann merken wir im Alltag unseres Lebens, dass manchmal gerade die Dinge, die wir uns gewünscht haben, uns hinterher unglücklich machen und Probleme bereiten. Dass manchmal der Ehepartner, den wir uns ausgesucht haben, eben nicht ganz so ideal ist, wie wir uns das gedacht haben. Der Job, den wir uns ausgesucht haben, uns manchmal auch Probleme macht und nicht nur glücklich macht. Dass die Urlaubsreise, von der wir so viel erhofft haben, dann eben doch auch negative Seiten hat und uns die Sonne zu heiß ist oder das Essen zu schlecht oder die Nachbarn zu laut oder sonst irgendetwas. Also manches Mal, wir wünschen uns etwas und wir selbst wissen nicht ganz genau, was uns glücklich macht. Amerikanische Studien haben beispielsweise herausbekommen, dass auch, dass die Menschen, die hoffen, dass sie durch Reichtum glücklich werden, nicht immer wirklich durch Reichtum glücklich werden, sondern dass die Menschen, die so ein Jahreseinkommen von etwa 60.000 Dollar haben, sich emotional am glücklichsten fühlen. Haben sie viel mehr, dann werden sie unglücklich, weil sie von anderen äußerlich ausgeschlossen werden, weil sie meinen, Freunde zu verlieren, weil sie Angst haben, etwas verlieren zu können von ihrem Haus, ihrem Auto, ihrer Villa oder sonst irgendetwas. Weil sie denken, dass sie bei dem nächsten Job, den sie haben, weniger Geld bekommen. Weil der Besitz einen immer größeren Anteil an ihrem Leben gewinnt und sie sich daran binden wollen. Und die Leute natürlich, die viel weniger haben, ist klar, die fühlen sich unglücklich, weil sie immer wieder Sachen kaufen wollen. Aber wir merken alle, dass wir häufig Dinge, nach denen wir uns lange glücklich sein sollen. In bestimmten Zeiten sind wir glücklich, weil wir das T-Shirt, weil wir die Hose, weil wir die Urlaubsreise gemacht haben und schon kurze Zeit später, wo eine andere Mode, ein anderes Glücksempfinden vorschreibt, wo sich das verändert. Das, was uns so als Glück benannt wird, macht uns zum Teil glücklich, aber nicht wirklich tief innerlich. Da ist ein Vakuum, was durch diese Dinge nicht ausgefüllt werden kann. Ein deutsches Sprichwort sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und sicherlich ist ein Stück weit daran wahr. Zum Teil, wie wir das in unserer Lebenssituation interpretieren, manche Leute versuchen dem Glück auch nachzuhelfen, indem sie dann Amulette bei sich tragen oder bestimmte magische Riten vollziehen oder meinen, wenn ich dieses T-Shirt trage, mit dem ich das letzte Mal mich erfolgreich beworben hat, dann wird das das nächste Mal auch klappen. Manche Menschen versuchen durch esoterische, magische Praktiken ihrem Glück nachzuhelfen oder andere nachzumachen, NLP zu lernen, neurologistisches Programmieren, indem ich mir jeden Morgen sage, ich bin schön, ich bin gut, ich bin erfolgreich, bis ich es schließlich glaube und meine dadurch, glücklich zu werden. Nun, Jesus Christus hat auch etwas zum Glück zu sagen gehabt. Insbesondere lesen wir einige Abschnitte darüber in seiner Bergpredigt. Da gibt es dann den Absatz der sogenannten Seligpreisungen. Und die beginnen immer, glücklich ist der Mensch. Und dann kommen einige Sachen. Glücklich ist der Mensch, der seine eigene geistige Beschränktheit erkennt. Glücklich ist der Mensch, der sich nach Gerechtigkeit sehnt. Glücklich ist der Mensch, der um des Glaubens willen verfolgt wird. Eigentlich alles Dinge, die uns rein äußerlich gesehen gar nicht glücklich machen, sondern unglücklich. Wenn ich merke, wie beschränkt ich bin, wie schuldig ich bin vor Gott und vor Menschen, dann bin ich ja erstmal nicht glücklich. Wenn ich mich nach Gerechtigkeit sehne, statt sie zu bekommen, wenn ich Frieden stifte, statt mich selbst durchzusetzen, dann meine ich erstmal einen Nachteil davon zu haben. Aber hier ist genau eines der Geheimnisse von Jesus Christus für unser Leben. Dass gerade die Dinge, von denen wir uns häufig Glück erhoffen, uns auf Dauer nicht wirklich glücklich machen, sondern nur kurze Glücksmomente ermöglichen. Dass die Dinge, die uns auf Dauer glücklich machen, sind manchmal die, nach denen wir gar nicht streben, sind aber die Dinge, wo wir in Einheit, in Harmonie mit Gott sind, wenn wir ihn finden. Und genau das ist das, was Jesus uns in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen sagen will. Diese Sehnsucht nach Gott, dieses Leben im Einklang mit dem Denken und Fühlen und Wollen Gottes ist das, was wir am dringendsten und am wichtigsten brauchen, was uns die Grundlage gibt von allen anderen Glücksempfinden in unserem Leben. Und wenn ich als Christ lebe, dann werde ich plötzlich in der Natur nicht nur den schönen Sonnenschein sehen und die zischern den Vögel, sondern ich werde darin ein Stück der Gegenwart Gottes erkennen und fühle mich Gott nahe. Wenn ich bete, dann weiß ich, dass das nicht nur ein christliches Ritual ist, sondern dass da jemand zuhört und häufig auch antwortet und ich Gebetserhörungen habe oder dass Gott mir manchmal gerade nicht das gibt, worum ich ihn bitte und ich später erkenne, dass es gut für mich gewesen ist. Ich weiß, dass da in jeder sieben Situation jemand ist, der mich hört, dem ich wichtig bin. Da weiß ich, dass jemand an meiner Seite ist, selbst wenn ich mich ganz einsam und unverstanden fühle, Jesus Christus. Und ich weiß auch, dass jemand da ist, der mir meine Schuld vergibt und dass all das, was falsch gelaufen ist in meinem Leben, dass das nicht ewig mein Leben belasten muss. Ich weiß, dass es nach dem Tod nicht zu Ende ist, sondern dass mich da jemand erwartet mit ausgebreiteten Armen, liebevoll, der ewig mit mir zusammenleben will, weil er mich schätzt und weil er mich liebt, trotz meiner Probleme und trotz meiner Schwächen und trotz meiner Tendenz zum Unglücklichsein. Ja, Glück ist eine wichtige Angelegenheit in unserem Leben. Das ist aber die amerikanische Verfassung, will die Menschen sogar ein Recht auf sein Streben nach Glück einräumen. Aber durch all das, was uns häufig angeboten wird als Glück, werden wir in vielen Fällen nur kurzzeitig glücklich. Dauerhaftes und tiefes Glück, glaube ich, kann nur Jesus Christus vermitteln. Ich hoffe, dass Ihnen das einige Anregungen zum Weiterdenken über Glück gegeben hat. Ich bin eine 20-jährige Verfassung, gleichzeitig mit einem Anhang-Zune zu unterstreichen,